Wo bin ich hier? Ah, da ist er doch! Er ist aufgestanden Angriff! Wer bist du denn? Was ist das nicht etwa? Ist das nicht hier aus Poppy Playtime? Catnap? Ja, ganz genau! Mein Ruf eilt mich voraus! Ich werde dich erledigen! Ah, ich mach das alles hier kaputt! Äh, äh, hallo? Ähm, Hilfe? Hilfe! Wer macht hier das kaputt? Ist hier jemand? Hey, Hilfe! Äh, Buffalo! Wow, du warst richtig laut! Da schreie ich so! Aber, Dandy? Sorry, ich versuche dir zu helfen! Hallo? Ja, ich brauche Hilfe! Hier ist Catnap! Der macht hier meinen Turm kaputt! Ja, komm hierher! Hier bist du in Sicherheit! Okay, Leute, ich muss irgendwie Catnap ablenken! Wie funktioniert das? Ähm, guck mal, da hinten ist eine Maus! Hinter dir ist eine Maus! Oh, schnell, 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 schnell! Lauf! Komm, Buffalo! Ah, da ist keine Maus! Ich kriege dich jetzt! Oh, ich komm, ich komm, ich komm mal schnell zu! Oh, das sieht echt gruselig aus, Leute! Guckt mal an Catnap! Oh, schnell zu! Okay, Dandy? Ja? Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, die Wand wird Catnap nicht aufhalten! Wir müssen irgendwas bauen! So eine OP-Basis oder so! Ja, eine Basis! Das wäre eine gute Idee! Ja, ich mach die Mauer gleich kaputt! Und dann komm ich unter Lady Joach! Okay, Dandy, komm schnell mit! Okay, let's go! Let's go! Okay, dann komm mal mit! Schnell, schnell! Auf dem Berg! Kriegt man, warte mal, kriegt man hier nicht eigentlich Game-Mode? Bestimmt, wenn wir auf dem Berg sind oder so, spätestens, sonst ohne Game-Mode ein Haus zu bauen, unmöglich! Ja, ich glaube auch! Und wir müssen echt aufpassen, dass Catnap nicht kommt! Die ist richtig schlimm! Kennt ihr schon Poppy Playtime Chapter 3? Schreibt's mal in die Kommentare, ob ihr schon das neue, äh, also Add-On oder was ist das? Update gespielt habt! Ja, das ist ein neuer Teil, äh, der, also neues Spiel, kann man schon sagen! Das ist einfach so eine Erweiterung von diesem Spiel gekommen! Also abonniert auch mal den Kanal, schreibt mir das Kommentar, gebt dem Video einen Daumen nach oben und... JJ? Was machst du denn hier? Hey, JJ! Hey, JJ einfach! Hallo, was macht ihr denn hier? Das ist hier mein... Äh, mal Leben! Also, hier, das ist mein Grundstück! Das hab ich gekauft! Also, mit welchem Geld hat er das gekauft? Du hast kein Geld! Das kann nicht dein Grundstück sein! Genau! Doch, das ist meins! Das ist hier, schwarz auf weiß, das ist meins! Äh, ich weiß ja nicht so genau! Aber, warte mal, JJ, wir haben ein anderes Problem! Catnap! Ich weiß nicht, ob du die kennst! Nein, wer ist das? Das ist eine richtig gruselige Katze aus Poppy Playtime! Und die möchte uns angreifen und hier alles kaputt machen! Was? Nein! Wir müssen das hier verteidigen! Los, baut ein sicheres Haus für mich! Für dich? Warte mal, für dich? Äh, für uns! Du kannst draußen bleiben! Du kannst hier selber dein... Keine Ahnung, was hier bauen! Aber, ich hab schon mal was gemerkt! Wir haben Game-Mode! Also, ich hab zumindest Game-Mode! Warte mal! Warum krieg ich kein Game-Mode? Hey, was passiert hier? Okay, du fängst schon an mit der Mauer, okay? Du machst es noch per Hand! Okay, dann machen wir heute mal per Hand, weil... Dandy nicht weiß, wie WorldEdit funktioniert! Ja, ich hab keine Ahnung, wie das geht! Du bist ja immer bei Baubattles mit WorldEdit cheated! Ich cheate nicht! Natürlich! Nein! Ich weiß mal, wie das geht! Ach, ich cheate nicht! Ich benutze nur meine Fähigkeiten! Okay, so... So, aber denkst du echt, irgendwie so ein Obsidian-House wird Catnap aufhalten? Nö, aber wir brauchen ja eine Basis! Also eine Struktur erst mal! So, und jetzt hier noch das Dach machen, so... Wir hätten echt WorldEdit benutzen sollen, das würde schneller gehen! Ja, mach doch! Jetzt ist es schon zu spät, jetzt sind wir schon fast fertig! Ja, okay! So, und... Hm, Catnap ist eine Katze! Was mögen Katzen nicht? Wasser? Oh, dann machen wir einen Wasser graben! Ganz genau! So! Katzen mögen voll vieles nicht! Stimmt, was mögen die... Ah, ein Hund! Oh, wir brauchen ganz viele Wölfe! Hm, mal sehen! Ja, stimmt! Wölfe, Hunde, Wasser... Äh, was mögen die sonst nicht? Keine Ahnung! Schreibt mal in den Kommentaren, was Katzen nicht mögen! So! Mal gucken, ob ihr was kennt, was wir nicht kennen! Also meine Katze, die ich zu Hause habe, die mag wirklich richtig viele Sachen nicht! Okay, und was nicht? Voll viele Sachen nicht! Mag die einen Laser? Nee, Laser... Laser mögen Katzen! Laser mögen die, ja, aber... Aber gut, die Laser, die wir hier haben, die sind ja... Die sind ja gefährlich, ne? Also... Okay, wir haben andere Laser, stimmt! Das sind ja diese Point-Laser, die man immer zum Spielen benutzt. Okay... Wölf, ich würde mal sagen, komm, lass uns hier mal ein paar Wölfe platzieren. Okay, let's go, let's go, let's go! Was haben wir denn hier? Wir haben mehrere Wölfe hier. Ein Spilt-Wolf und ein Feral-Wolf. Okay... Oh, okay, okay, der sieht böse aus. Warte, lass mich kurz hier was machen, dann komm ich sofort. Was ist hier los? Sag mal her. Ich hab hier einen normalen Wolf, einen Geister-Wolf und einen... Ey, Wölfe, ihr müsst uns verteidigen, ne? Ich mach mal... Oh, es gibt sogar verschiedene Farben. So, und noch ein Geisthund, weil man ja nicht weiß, ob Catnip irgendwelche Fähigkeiten hat. Okay, das sollte unsere Verteidigung sein. Und wenn Catnip kommt, haben wir ja schon mal ein paar Wölfe. Du hast einen Gesichtsscanner gemacht, das muss ich auch noch machen. Safe. Da komm ich ja nicht rein und wir müssen den Boden... Was ist, wenn die Katze durch den Boden sich gräbt? Ja, das kann natürlich auch sein. So. Ups. Äh, zack. Okay, dann haben wir einen Wassergraben, haben eine Basis, haben einen Linkser. Ich platziere mal unten ein paar Minen. Ähm, okay. So, das könnten wir noch machen. Was benutzen wir sonst eigentlich noch? Wir brauchen einen Ausrüstungs... Ja, also, wir haben noch richtig viele Sachen, die wir noch upgraden können. Ja. Kannst du sowas bauen, wo man sich automatisch, ähm, equippt? Ja. Weißt du, wie das funktioniert? Oder brauchst du... Ein Tutorial hier. How to... Nein. Ich brauch's nicht. Ich weiß, wie es geht. Dispenser, ne, braucht man, ne? Ja. Ja, okay, okay. So, und jetzt, äh, will ich mal anfangen mit... Ja, so schwer kann das ja nicht sein. Guck mal, zack. Und zack. Was? Was für, äh, Equipment wollen wir denn überhaupt uns geben? Ich, lass mich mal überraschen. Ja, okay. Überraschen. Ja, okay. Wir haben jetzt das, wir haben Minen, haben gleich eine Ausrüstung. Ja, komm, wollen wir Laser machen oder machen wir ohne Laser? Komm, wir sind mal heute riskant und probieren ohne Laser Catnaps zu besiegen. Komm, wir sind mal mutig heute. Ohne Laser? Ohne Laser. Okay, ähm... Ich überleg gerade. Oh, oh, oh. Oh, ich hab ne Idee. Ich upgrade unsere Basis mal ganz kurz. So, weil das mögen Katzen auch nicht. Ähm, ja, mach mal. Ah, ich weiß, dass du machst. Ja, ich wollte nicht nah genug rangehen. Ich wollte nicht spoilern. Ja, hab ich mir eh schon gedacht, was du machst. Okay. Das ist richtig cool. So. Und gleich sind wir fertig. Ähm, 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 ähm. Überleg gerade, was für ne... Ähm... Echt nicht einfach. Ist echt nicht einfach. Ich hab Rüstung schon und alles, super toll. Aber ich brauch nur etwas mit, wem wir angreifen können. Aber ich hab... Hm. Feuer? Feuer ist nicht schlecht. Ja, Feuer. Weil, ich glaube, Katzen mögen kein Feuer. Also, gut, viele... Viele... Also, ich mag auch kein Feuer. Also... Es gibt viele, die kein Feuer mögen, Buffalo. Aber ja. Magst du Feuer? Ja. Zum Braten. Okay. So. Der Dispenser ist finito. Ich bin hier gleich fertig mit dem Haus. Dann haben wir ein relativ sicheres Zuhause schon mal. Dann bräuchten wir vielleicht noch einen Turm oder so. Ähm... Ein Turm? Wie ein Turm? Ja, so. Einfach so ein... Ähm, hier ein Geschützturm. Okay. Ja, ja. Macht Sinn. So. Ich hab das Haus fertig abgesichert. Das sieht schon richtig krass aus. Ja. Sieht richtig heftig aus. Krass. So. Dann nehmen wir mal hier diesen Block und diesen Block. Machen hier einen Geschützturm hin und hier ein Geschützturm. So. Äh, Turret. Dann brauchen wir das noch, das noch. Sag, welche Waffen packen wir da rein? Äh... Boah, gute Frage eigentlich. Ähm... Ja, ich weiß nicht. Minigun ist schon krass, ne? Minigun ist zu krass. Ähm, wie heißt denn diese andere, ähm... Die grüne Waffe. Nicht? Machen wir einen Grenade-Lounge rein oder so. Was? Denkst du, das funktioniert? Weiß ich nicht. Haben wir noch nie probiert, ne? Ja, stimmt. Wir haben es echt noch nie probiert. Plötzlich. Zack. Probieren wir mal. So. Packen das jetzt da rein. Das. Oh Gott. Nein, ich schieße jetzt alles hier ab. Ja, funktionieren tut es auf jeden Fall. Ey, nicht Tiere angreifen. Die brauchen wir. Hey. Nein. Nein. Der süße Hundi. Hey. Aber das Aim-Pot im Ding ist auch besser, als wenn ich das benutze. Ja, der Hund, guck mal. Der ist sicher. Der geht nicht drauf. Es ist nicht so schlau, dass wir sowas benutzen. Aber es ist lustig. Ja, es ist echt lustig. Komm, ich baue noch einen zweiten hin. Okay, das war's dann mit den Hunden, ne? Ja, die Hunde funktionieren nicht, Leute. Die Hunde war ein Fehlschlag. So, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. So, dann packen wir das rein. Das und das. Ja, der macht alle Hunde hier kaputt. Perfekt. Okay. Ich komme gleich. Oh nein, nein, nein. Wir müssen uns weihen. So. Hey, wer war das? Welche Stimme war das? Das ist das Monster. Das ist bedroht. Opa JJ. Oh nein, das Monster, lass mich rein. Nein. Nee, du kommst hier nicht rein. Du hast keine ID-Karte, um hier reinzukommen. Ja. So. Er hat kein Gesicht, um hier reinzukommen. Okay. Ähm, gibt's nur eine Sache, die wir hier hinzufügen könnten? Du hast eine Ausrüstung drinnen gemacht. Wir haben hier... Aufzuschießen. Du musst deine Munition sparen. Für Catnap. Ähm, ich überleg gerade, welche Pfeilen noch gibt's. Trap? Du könntest hier... Ja. Ja gut, wir haben halt über Laser gemacht, ne? Stimmt. Warte mal. Oh, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne richtig gute Idee. So, wo ist es dann? Und ich geh mal ganz schnell zur Tür. So, allgemein, wenn er gleich die Mauer kaputt macht. Ich mach einfach hier. Alles kaputt. Dass er unten ins Void fällt. Äh, ist er da nicht... Ist er da nicht besiegt? Ja, schon, aber vielleicht... Keine Ahnung. Vielleicht kann er ja fliegen oder so. Wir wissen's ja nicht. Aber wenn er nicht fliegen kann, dann haben wir direkt gewonnen. Oh, das ist schlau. So. Perfekt, okay. Zack, zack, zack. Ich weiß nicht, dass er es hört. Nicht, dass er es hört. Los. Ja, schnell. Okay, perfekt. Hoffentlich zieht er das Loch nicht, Leute. Das ist eine Falle, die wir noch nie gemacht haben. Das ist komplett neu. Okay. Ich würd mal sagen, wir haben genug Ausrüstung. Ich weiß nicht, was du da hast. Ich möchte jetzt mal reingehen und gucken. Ja. Let's go. So, und da haben wir einen Knopf. Perfekt. Hier ist relativ gemütlich. Und was passiert hier? Okay. Dann bin ich mal gespannt, was du für eine Ausrüstung drin hast. Und? Ähm, richtig gute sogar. Bitte? Die Bedrock? Ja, die ist auch super. Warum hab ich keinen Dings da bekommen? Kein was? Kein Flammenwerfer. Kanon, der ist irgendwie hinten da. Ja, hab ich genommen, hab ich genommen. So. Kommt raus, ich komme jetzt. Äh, warte mal. Ich hab es gehört. Ich komm gleich wieder. Ich guck mal, was los ist, okay? So. Warte mal. Die Mauer ist kaputt, Dandy. So, ich komm jetzt. Und, ähm, was ist das? Warte mal. Warum sieht das so komisch aus? Ah. Tja, ich fall da nicht drauf rein. Hahaha. Ich kann fliegen. So. Ich komm jetzt. Ich hab Angst. Ich komm nicht mehr. Was? Komm raus jetzt hier. Ich brauch deine Hilfe. Auf gar keinen Fall werde ich kämpfen. Ähm, ähm. Oh nein. Was machen wir denn jetzt jetzt nur? So, okay, was machst du jetzt? Wow. Er ist in die Mime eingegangen, aber irgendwie kriegt er keinen Schaden. Der ist ziemlich stark. Was machen wir jetzt nur? Ähm. Äh, denkst du echt, das macht irgendwie mir Schaden? Okay. Das Haus ist ziemlich sicher. Das steht noch. Äh, sieht so halb sicher aus. Äh, warum ist das schon hier? Lauf, Wolf. Ich rette dich. Hör auf, meinen Wolf anzugreifen. So, ich zerstör hier alles. So, komm her. Äh, nein, der hat meinen Töd kaputt gemacht. Jetzt kann er... Ach, nein, nein. Oh, warte mal. Ich kann den einsammeln. So. So, ich kann den auch benutzen. So. Dann benutze ich den selber. Ja, das geht da draußen für sich. Die Catnap ist hier. Komm doch raus jetzt. Aua. So. Ah, okay. Mit dem Granatenwerfer zu treffen ist echt unmöglich. Oh, der macht unser Haus kaputt. Ich muss ihn hier aufhalten. Ah, Feuer mag ich nicht. Und mit Wasser, ich kann nicht darüber springen. Das ist viel zu weit. Ich werde nass. Das mag ich nicht. Okay. Wir haben relativ gute Sachen gefunden, was er nicht mag. Aber ich kann ihn nicht treffen. Ich muss irgendwie so... Hoffentlich mache ich überhaupt genug Schaden. Aber ich weiß es nicht. Warum kommst du nicht raus? Ich habe Angst. Du schaffst doch schon. Ich glaube mir, der geht gleich drauf. Denkst du echt? Ja, ja, ja. Ich spüre das doch schon. Der kann nicht mehr so lange durchhalten. Guck mal, würde er jetzt einfach nur ins Wasser gehen. Aber er mag kein Wasser. Würde er nicht verbrennen. Aber nein, er traut sich nicht. Du hast ihn gleich. Komm schon. Wufflo, du hast ihn gleich. Aua. Dandy? Ja? Wart mal, ich komme mal rein. Ich habe Kidnap erledigt. Oha, Alter. Ich wusste, du schaffst das alleine ohne mich. Aber ganz alleine hätte ich es nicht geschafft, weil du hast die Ausrüstung ausgewählt. Die war relativ stark. Und dadurch habe ich gewonnen. Und Leute, wenn ihr mehr von so welchen OP-Basen-Videos sehen wollt, dann abonniert den Kanal, schreibt mir das Kommentar, gebt ihm einen Daumen und bis zum nächsten Mal. Ciao.